Musik Entdecken Sie einen rundervollen Ort für die schönste Zeit des Jahres. Alia Vita liegt im Herzen Frankens, zwischen Würzburg und Nürnberg. Das außergewöhnliche Anwesen findet man am Rand der Ortschaft Rehweiler in Unterfranken. Herrlich eingebettet in dem Naturpark Steigerwald bietet die barrierefreie Anlage eine Wohneinheit, die dem Gast zur alleinigen Nutzung zur Verfügung steht. Auch im Innenbereich haben wir mit viel Liebe zum Detail eine harmonische Atmosphäre geschaffen. Musik Neben traumhaften Landschaften, historischen Städten und fränkischer Gastlichkeit genießen Sie einen unvergesslichen Urlaub in einem einzigartigen Ambiente. Wohlfühlen im Körper, entspannen im Geist und ruhen in der Seele. Bei uns finden Sie den idealen Rückzugsort. Wir bieten Freiraum für Individualisten. Musik Genießen Sie die kleinen und großen Momente und nehmen Sie sich Zeit füreinander. Oder für sich selbst. Zu Hause ist, wo die Liebe wohnt. Erinnerungen geboren werden. Träume in Erfüllung gehen. Und Freunde immer willkommen sind. Wir freuen uns auf Sie. Alia Vita. Das etwas andere Ferienhaus. Wir freuen uns auf uns. Wir freuen uns auf Mama Earth zusammen. Wir freuen uns auf uns auf … Untertitelung des ZDF, 2020